Das Viertelfinal-Derby im Landespokal. Die Frauen von Union Berlin empfangen Hertha BSC. Es ist das zweite Derby überhaupt erst. Das Ganze an der Derpfeldstraße auf der Fritz-Lesch-Sportanlage vor 1500 Zuschauern. Eine ganz tolle Derby-Atmosphäre bei diesem Pokalspiel. Die Unionerinnen in der roten Spielkleidung und in der ersten Hälfte von links nach rechts. Da geht es gleich mal schnell nach vorne über Abu Zabah. Mal zurückgesteckt der Ball. Ja, und dieser erste Versuch dann doch relativ deutlich drüber von Sarah Abu Zabah. Aber es ging grundsätzlich in die richtige Richtung. Es spielten vor allem die eisernen Ladies. Ausgangspunkt Becker hier aus der Verteidigung heraus. Dann Moraitu über die Außenbahn über Abu Zabah. Und dann war es passiert. Tolle Volley-Abnahme von Celine Frank. Das 1 zu 0 für Union Berlin. Die Hereingabe natürlich auch klasse von Sarah Abu Zabah, die da gut quer steckt. Ja, und dann war sie da. Die Führung für die eisernen Ladies gegen kompakt stehende Herthanerinnen da in der Defensive in der Anfangsphase. Aber es ging weiter in die gleiche Richtung. Gut zehn Minuten vor dem Wechsel. Der nächste gefährliche Angriff. Gut quergesteckt hier von Blaschka. Die Chance noch nicht vorbei. Dina Orschmann noch mal knapp am Kreuzeck vorbei. Nächste gute Möglichkeit, hier das Ergebnis zu verdoppeln. Die schnelle Drehung von Dina Orschmann. Ja. Und dann fehlte am Ende nur ein bisschen was. Mit 1 zu 0 ging es also in die Halbzeitpause. Verdiete Führung für die Köpenickerinnen. Und auch im zweiten Durchgang die Unionerinnen. Die stärkere Mannschaft. Hertha tat sich schwer, aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Westphal hier mit Problemen. Moraito. Dina Orschmann wieder mit schneller Drehung. Und dann war es passiert. Das 2 zu 0 für die Unionerinnen durch die 26-jährige Mittelfeldspielerin. Dina Orschmann hatte ja auch fünffach getroffen in Köln beim 6 zu 2 im Rhein-Energiesportpark. Also der Auftakt in die Pflichtspielserie 2024 schien zu glücken. Aber es war ja noch lange nicht vorbei. Die 67. Minute. Diesmal eine Standardsituation. Auch das eine gute Chance für die eisernen Ladies hier schon vorzeitig alles klar zu machen. Auch da fehlte am Ende nicht wirklich viel. Der nächste Versuch hier nach einer Ecke. Chaos im Strafraum von Hertha BSC. Und dann ist Athanasia Moraito zur Stelle. Die 26-jährige Deutschgriechen sorgt hier dann für das 3 zu 0. Und damit jetzt natürlich die eisernen Ladies, die ja auch in der Liga elf Spiele gewonnen haben. Elf von elf auf der Siegerstraße. Und auf Kurs Halbfinale im Landespokal. Der erste Runde hatte man ja nicht antreten müssen gegen den TSV Mariendorf 1897. Da kam man kampflos weiter dann in der zweiten Runde ein 3 zu 0 gegen Türki im Spor. Und auch hier jetzt 3 zu 0 die Führung. Die 72. Minute wieder schneller Angriff der eisernen Ladies. Abu Sabah steckt quer. Ja, und dann was passiert? Das 4 zu 0 durch Lisa Heiseler. Die Kapitänen. Souverän vorgetragener Angriff der Favoritinnen. Und damit war die Sache hier dann natürlich auch alles klar. Nach dem Tor dieser 25-jährigen Lisa Heiseler, die das hier klasse macht. Zuvor Orschmann und Abu Sabah, die das Ganze mit einleiteten. Verdiente Führung. Das Ganze ja noch nicht vorbei. 90. Spielminute. Und da war dann nochmal Abu Sabah, die den Ball hier über die Linie drückte. Die frisch gebackene Westasien-Meisterin für Jordanien mit dem 5 zu 0. Auch dieser Trefferklasse rausgespielt. Die Ertanerinnen dann hinten raus. Doch ein bisschen überfordert gegen diesen starken Gegner. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Ein verdientes Weiterkommen für die eisernen Ladies im Derby. Gegen Hertha BSC. 5 zu 0. Also am Ende. Nasi, 5 zu 0. Sieg gegen Hertha BSC im Pokal. Wie war das Spiel für dich? Anfangs hatten wir leichte Anlaufschwierigkeiten. Aber dann sind wir gut ins Spiel gekommen. Wir haben souverän einfach durchgespielt. Unsere Taktik so gemacht, wie wir die machen wollten. Und ich bin mega stolz einfach auf das Team. Auf alle. Wir haben es halt gemeinsam super gemacht. Wie war die Kulisse vor 1500 Zuschauern? War das zweite Mal in dieser Saison. War, glaube ich, richtig cool für euch auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind mega froh und stolz drauf, so eine Kulisse zu haben. Und solche Fans, die hinter uns stehen. Und die sind jedes Mal sehr herzlich willkommen. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir so viele Fans hier haben. Dann danke dir und noch einen schönen Abend. Danke schön. Sarah, 5 zu 0 Sieg im Pokal gegen Hertha BSC. Wie war das Spiel für dich? Ja, also erstmal die Stimmung war echt überragend. Also auf der einen Seite die Union-Fans, auf der anderen Seite die Hertha-Fans. Also cooler kann die Stimmung eigentlich nicht sein. Und ja, dann haben wir uns am Anfang ein bisschen schwer getan, haben uns dann aber reingekämpft ins Spiel und am Ende dann auch dominiert und belohnt. Wie war es für dich persönlich? Du hast jetzt nicht so viel aufs Tor bekommen. Wie hält man sich dann auch fokussiert vielleicht, obwohl ja jetzt an Schüssen nicht so viel aufs Tor kam? Ja, also selbst wenn jetzt nicht so viele Schüsse kommen, muss man ja trotzdem immer dabei bleiben. Immer coachen, immer Kommandos geben, immer die beste Position haben. Wenn dann doch der Ball in die Tiefe kommt, man muss immer bereit sein. Und dadurch bleibt man eigentlich trotzdem die ganze Zeit im Spiel. Und wurde ja auch belohnt mit dem zu Null-Spiel am Ende. Könnt ihr, glaube ich, auch als Defensive dann stolz drauf sein. Ja, zu Null ist immer gut. Dann danke dir und noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Eileen, 5 zu 0 Sieg gegen Hertha BSC. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben am Anfang das erwartet schwere Derby gehabt. Hertha hat es sehr, sehr gut gemacht, hat die Räume gut geschlossen. Wir hatten wenig Möglichkeiten, wirklich vor das Tor zu kommen. Also über den Kampf dann am Ende. Und zweite Halbzeit war natürlich dann auch von der Torausbeute her das, was wir uns vorgestellt haben. Aber wie gesagt, es war ein wirklich gutes Derby mit einem wirklich guten Gegner. In der zweiten Halbzeit hat die Kulisse auch noch, glaube ich, nochmal die Mannschaft dann ordentlich nach vorne gepeitscht. War, glaube ich, heute auch ein richtig schöner Anlass, oder? Absolut, die Fans waren aber, fand ich jedenfalls, von der ersten Minute an da. Also es war nicht nur in der zweiten Halbzeit, aber ein gutes Gespür dafür gehabt, wann brauchen wir nochmal was. Und dann hilft es natürlich immer jeder Zuschauer mehr, der da ist, hilft. Dann danke dir und noch einen schönen Abend. Dankeschön, ebenso.